Musik 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 Ein Blick über München, alles gesehen, was man sehen will und möchte und auch gefunden. Ja, sehr schön. Es war super, man sieht halt alles super. Wir wohnen ganz in der Nähe und ich habe erwähnt, dass es ein Riesenrad ab heute gibt und er wollte unbedingt Riesenrad fahren, der kleine Mann. Wie fandest du es, Yaki? Das Erlebnis heute hier mit der Fahrt war wirklich wunderbar. Man hat über ganz München gesehen. Wir waren schon im Olympiaturm und haben München schon von oben gesehen, aber das ist natürlich jetzt hier nochmal ein ganz anderes Erlebnis, weil sich das Rad halt dreht und man einfach an einem anderen Platz von München ist, was die ganze Sache besonders macht. Der Ausblick ist echt einmalig. Also es lohnt sich auf jeden Fall zu kommen. Heizke ist mit 80 Metern das höchste Riesenrad in Deutschland. Ist ein besonderes Erlebnis damit zu fahren. Es ist sehr, sehr langsam. Man hat das Gefühl zu schweben und in der Höhe hat man eine perfekte Sicht über München. Wir haben ja auch noch ganz besondere Reise für Familien mit Kindern. Also da gibt es entsprechende Ermäßigung. Und wir wollen ja das Riesenrad der Münchner sein. Das heißt, ein Münchner, der in München wohnt und ist bei uns mit seinem Personalausweis nachweis, der kriegt schon mal zwei Euro Rabatt. Und wir wollen ja das sind und wir wollen ja das ist Vielen Dank.